Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So, wir sind jetzt hier vor dem Aufenthaltsraum, wo die Leute vorsprechen. Wir schauen mal rein und fragen mal ein paar Leute. Bist du denn schon aufgeregt? Es geht, es hält schon Grenzen. Ich habe mich mit dem Text befasst und auseinandergesetzt und ich hoffe, dass ich das gleich bestenfalls gut machen werde. So, seid ihr denn schon aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ich war noch nie hier und ich weiß echt nicht, was ich jetzt erwarten soll. Keine Ahnung, ich lasse mich immer mal überraschen. Oh je, jetzt bin ich dran. Auf geht's. Dann erzähl doch mal. Warum bist du hier? Ich, äh... Ja. Los, du, ich bin da. Kono, du bist der Beste. Kono. Ich kann weiter. Das finde ich gut. Kono. Kono. Simon. Kono. 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 Auf geht's. Guten Abend. Mann! Schneid irgendwas aus, such dir was aus.